Herzlich Willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir sind in einer neuen Aufnahme-Session. Wieder mal an einem Samstag. Und, äh, ja, der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Na klar, Minecraft war ja auch nicht am Laufen jetzt in der Zwischenzeit. Und ihr hört, ich habe wieder ein bisschen neue Musik hinzugefügt und ich habe jetzt extra mit einem gestartet, das ziemlich neu drin ist. Nämlich seit heute. Ja, genau. So, was machen wir denn heute? Irgendwelche Vorschläge, Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Ne, ähm, leider ist es hier ja nicht live. Obwohl, ich könnte eigentlich mal, das wäre doch mal eine Idee. Einfach mal eine Live-Aufnahme zu machen via Twitch, das wäre doch eigentlich eine Idee. Dann könnte ich nämlich auch sprechen, ohne dass, ohne dass irgendjemand dabei ist. Und komme mir trotzdem nicht so doof vor. Also, natürlich schon, wenn ich dran denke, dass es auf Twitch gesendet wird. Aber, 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 es ist dann trotzdem nicht dasselbe. Weil ich dann weiß, dass es für ein Let's Play die Aufnahme ist. Ja. Gut. Was habe ich heute vor? Heute werde ich mich mal... Also, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich bin am überlegen, ob ich das Haus abbauen, umbauen, wie auch immer soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zwar eine Idee gehabt. Hätte ich wirklich. Aber, ich will das nicht. Ich will das zumindest vorerst nicht. Ich, äh, irgendwie wäre es schade, auch um die ganze Zeit, die wir hier verbracht haben und so weiter. Deswegen tun wir das nicht. Ja. So, ich habe mir überlegt, man könnte in dieser Folge mal ein bisschen im Haus drinnen herumwerkeln. Und das tun wir jetzt auch. Ach, das geht ja so gar nicht. Das, was ich jetzt eigentlich wollte. Oh, ich habe gar keine Axt dabei. Okay. Gut. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Ich würde gerne irgendwie hier Lichtquellen einbauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Hm. Moment, jetzt habe ich gerade eine Idee. Ich brauche noch Stein. So, wo haben wir denn den Stein? Da haben wir die Erde. Ich glaube, Stein war hier drüben irgendwo. Hier vielleicht? Ja, genau. So. Dann machen wir mal... Keine Ahnung, mal 15. Oh, ich habe gar keine Stöcke. Ich trottel. Okay, habe ich denn hier unten noch Stöcke oder muss ich mir die schnell machen? Ich glaube, ich muss mir die machen. Äh, ja, komm. Man kann ja nie genug Stöcke haben. Die brauchen wir ja eh immer wieder. So. Und 15. Zack. Was mache ich eigentlich hier mit diesen Karotten? Ich packe die mal oben irgendwo hin. Ich habe ja jetzt hier schön alles ausgeräumt, damit ich wieder einfüllen kann. Hohoho. So. Das doof ist natürlich die Kürbisse. Die gucken dann raus. Unten. Ja, irgendwie sowas habe ich mir überlegt. Aber natürlich nicht genau so. So. Jetzt machen wir mal folgendes. Packen hier mal so ein Ding rein. Kann man den jetzt sagen? Nee. Ich dachte gerade, das wäre es ja gewesen, wenn man den noch ausschalten könnte. Das sieht schon ein bisschen... Oh. Ach so, das Bett ist im Weg. Ich dachte gerade, ich bin nicht mehr fähig zu steuern. Die Frage wäre natürlich... Also am besten würde ich natürlich nachts sehen, wie gut das dann leuchtet. Habe ich denn noch irgendwo... Habe ich denn noch irgendwo... Das hier, genau. Haben wir noch. Wir haben ja zu viele gemacht. Das Ding hier packe ich mal da rein. So. Das ist, glaube ich, wieder ein Lied, das wir schon kennen. So. Zack. Und... Zack. Und... Zack. Jetzt stört mich noch so ein bisschen. Finden wir da noch eine Lösung. Ich hätte da auch schon eine Idee. Aber wahrscheinlich... ...hast dann das hier nicht mehr. Ja. Das ist doof. Und einen ganzen Klotz hinmachen sieht dann auch scheiße aus. Oh. Hm. Hm. Was machen wir da? Warte mal. Das kann man ja auch so. Ja, aber das sieht dann auch doof aus. Oh. Wollte ich nicht. Hm. Wie könnte ich das machen? Oder soll ich einfach ohne die? Ja, ja. Das gefällt mir aber irgendwie so nicht. Hm. Warte mal. Ich hole mal eine Axt. Es kann ja nicht sein, dass ich das hier immer von Hand wegkloppen muss. Äh. Wir nehmen natürlich nicht so eine Axt. Haben wir denn irgendwo noch eine alte Stein-Axt? Ansonsten machen wir uns halt schnell eine. So. Da, 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 da. Hätten wir das auch. Hm. Überlegen, 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 überlegen. Und wenn wir das... Nein. Doof ist halt, dass wir hier kein Flachdach haben. Ich könnte das natürlich auch einfach hier in das Ding reinbauen. Aber irgendwie... Dann kann ich ja nur in Ecken sowas reinmachen. Das will ich ja auch nicht. Hm. Oder... Ich hätte noch ne Idee. Das ist so ein bisschen, äh, Testfolge. Also nicht eine Testfolge, Testfolge. Sondern wir probieren hier einfach ein bisschen aus, wie wir das Ganze gestalten könnten. Wie wär's denn irgendwie sowas? Oh, das war daneben. So. Ob das so ne gute Idee ist? Ich will... Ich will doch nur... Okay, dann müssen wir eben so... Ähm... Eigentlich könnten wir da jetzt schon den hier draufsetzen. Aber ich glaube, das wäre mir zu tief unten. Ich glaub, das muss noch ein hoch. So. Dann erst das Ding hier. Na komm schon. Na toll. Habe ich was zu futtern dabei? Natürlich nicht. So. Ja. Ähm... Ähm... Oh, klar. Oh, klar. Ich weiß, warum. Gut. Dann müssen wir halt doch so... So. Und dann, äh... Ähm... Ah, ist das doof. Wenn ich... Wenn ich den jetzt hier hinsetze, dann kann ich ja hier unten nur... ... ... ... ... ... Dann sieht's einfach... Dann leuchtet das unten so raus. Das ist irgendwie auch blöd. Das ist irgendwie auch blöd. ... ... Die Frage ist natürlich auch, wie viele brauche ich denn hier? Also ich hab hier eins, zwei, drei... ... ... ... ... ... Ich muss ein bisschen... Ich hab gerade vergessen, die Uhr im Auge zu behalten. ... ... ... ... ... ... Der ewige Noob. So. Ach ja, ich muss ja sowieso erst hier. So. Zack. Und dann wieder... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, das müsste... ... ... ... ... ... ... ... ... Eigentlich reichen von der Beleuchtung her... ... 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 No Los. Ach komm, ich nehm einfach mal Karotten. Mal ein bisschen gesünder leben hier. So, die brauchen wir ja erstmal nicht. Mh, leckere Karotte. Lecker Mörschen. So. Dann etwa hier. Oder? Wir haben hier nur einen Feldabstand, seh ich gerade. Müssten wir ja hier auch haben, ja. Und dasselbe hier nochmal. So. Und. Komm schon, nein. Oh. Aua. Habe ich mir doch noch wehgetan mit nem Klumpen Erde. So. Und zack. Na los, komm. So. Und hier. Das kommt weg. Dann komm ich da hin. Natürlich. So. Ich sorge jetzt erstmal für die Lichtquellen, damit wir mal diese Fackeln wegmachen können. Danach geht's dann so ein bisschen um Inneneinrichtung. Oder ich versuche mich zumindest darum, äh, ich bemühe mich da um. So. Wird ein Schuh draus. So, Schaufel haben wir trotzdem keine dabei, aber macht ja nix. Ich weiß nicht, irgendwie. Sieht schon komisch aus mit diesen Dingern da. Oh, was läuft denn da unten rum? Ach so, Zombies. Sollen sie doch. Ja, ich weiß nicht. So richtig zufrieden bin ich noch nicht, aber egal. So, und hier könnten wir eigentlich dann trotzdem jeweils so eine reinhauen. So, und so. So. Ist doch egal. Ne? So, dann hier. Ich glaube, hier haben wir zwei Abstand, ne? Eigentlich könnten wir den auch noch versetzen. Ähm, obwohl, wenn wir hier hochkommen, ist es besser, wenn es ein bisschen Abstand hat. Also, komm. Aber hier drin, hier drin mach ich ihn da. So. Und dann, oh. Ich, äh, ich habe mich gerade in Demut versunken. Aus bestimmt, oh, hier haben wir aber, okay. Okay, hier setzen wir ihn noch ein nach vorne. Einfach wegen dem Fenster. So. Und hier noch ein. So. Oh. Nein. Komm schon, du schaffst das nicht. Jetzt aber. Na. Er soll mich nicht angucken. Ihr wisst genau, wen ich meine. Den Typ. Aua. Aua. Mann, jetzt habe ich mir noch eine Scheibe kaputt gemacht. Mann. Oh. So. Die werden wir dann reparieren. Komm ich da hin? Na. Komm. Ich versuche es einfach. Ich werde es eh nicht schaffen. Na toll, ich hätte es geschafft. Aber. Ich habe es trotzdem vergeigt. Na. Ich bin sogar zu weit. Na los. Jetzt aber. Geht doch. Oh. Nicht gucken. Äh. Mist. Ich sehe schon. Die Folge geht wieder langsam zur Neige. Aber das hier machen wir sicher noch fertig. Da kriegen wir noch hin. So. Und so. Und hier. Oh. Du musst jetzt weichen. Achso. Wir kriegen das auch so hin. Das ist ja super. Ich habe gerade was gehört. Und ich höre es immer noch. Hat er uns vielleicht doch entdeckt? Das kommt weg. So. Und hier. Und zack. Ja, 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 ja. Motzen dich rum da draußen. So. Endlich diese Fakke. Oh. Ich traue dem überhaupt nicht. Ich habe gerade gehört, wie er sich irgendwo hin teleportiert hat. Ich hoffe nicht zu uns. So. Hätten wir das auch geschafft. Und wir sind bei 20 Minuten. Ha. Wir sind relativ pünktlich. Und der Baum will einfach nicht wachsen. Ich weiß nicht wieso. Gut. Dann, äh. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.